Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Installationsvideo. Diesmal redet es sich um Singleplayer-Dokuments. Singleplayer-Dokuments Nö, notloader. Wahrscheinlich habt ihr ihn schon drin, weil ihr anderen Mods habt. Auf jeden Fall geht ihr dann hier wieder auf Ausführen App-Data-Prozent Hier haben wir ihn. Win Öffnen die Minecraft.jar Die beiden Denen, ja Den BIN kann man schließen So Modloader Alles wieder Zack Dann die Minecraft.jar damit Zack, einführen Dann können wir den Mod Loder schließen Kommort Loder Schließen Okay Okay Machen wir hier Komm Das ist einfach alles Einfügen Zack, rüber Machen wir hier Machen wir hier den META-Inf-Ordner wieder Den Machen wir hier Machen wir hier Machen wir hier Damit das ganze Funktioniert und ihr kein Black-Screen bekommt So Äh Ja Hallo Ist ja immer noch da So, jetzt So, und das war's auch schon mit der Installation Und damit sage ich Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschau Leute Tschau好的 Ich bedau